Heyho und guten Tag Leute und willkommen auf meinem Kanal. Auf diesem Kanal werdet ihr Schneckenvideos finden. Also auf diesem Kanal präsentiere ich einfach ja meine Schnecken. Ich habe insgesamt 14 solcher normalen Gartenschnecken. Einige sind Roséfarben, andere gestreift. Ja, ich habe noch eine kleine, so eine Mittelgröße sozusagen und noch eine andere Mittelgröße. Sie haben Eier gelegt und die würde ich euch jetzt zeigen. Hier sind die kleinen Schnecken geschlüpft. Das weiße Puder ist Sepia-Schale geraspelt und das grüne sind kleine Salatstückchen für die Schnecken-Babys sozusagen. Da, oh, Entschuldigung, da sieht man eine kleine, die ist gerade draußen. Total süß, wie ich finde. Da ist eine in ihrem Schneckenhaus drin. Tut mir leid, wenn es wackelt. Ich bin noch nicht so gut im Film. Und die anderen sind hier alle oben auf dem Deckel. Da ist auch noch ein kleines Baby. Da ist eine in ihrem Haus. Und da auch. Ja, und das da ist ein Luftloch. Das ich aber eigentlich nicht brauche, weil ich den Deckel nie richtig zumache. So. Sepia-Schale bekommt ihr aus dem Fressnapf. So, jetzt mache ich hier schnell wieder den Deckel zu, aber ganz vorsichtig. Ich mache das immer, ich mache den immer nicht ganz zu, damit da noch Luft reinkommt. Mit dem Messer hier raspe ich Sepia-Schale. So, und das war's dann, ja. So, Entschuldigung. Und das war's dann eigentlich schon noch mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die, die klettern da gerade rum. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war nur mein erstes Video. Und naja, bye. Bye.